Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Mario Land Super Mario Land 2, äh 3 meine ich, genau. Der Thunder Star hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Ton von der Hintergrundmusik etwas leise war. Ich habe jetzt ein bisschen lauter geschaltet, ich weiß nicht, ob es wirklich hörbar lauter ist, aber, ähm, naja, die Musik ist okay und, ähm, warum soll sie nicht auch zu hören sein? Ich werde es jetzt hier mal testen. Außerdem habe ich mein Mikrofon noch etwas lauter gestellt, ich hoffe, dass das jetzt nicht übersteuert, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich behalte hier mal den Jet. Ähm, ja, okay, ne, da wollen wir nicht lang. Ähm, ja, so ist gut, ne, wir gehen hier lang. Hier gibt es Knete ohne Ende, da gibt es noch mehr Knete ohne Ende. Nein, ich gehe kaputt. Scheißen. Jetzt kann ich eigentlich auch da runter gehen, oder? So, okay. Ein Herz. Also, ich habe vor allem im ersten Teil, habe ich gerade gesehen, äh, gesagt 100 Herzen. Ja, das ist richtig. Äh, Herz bekomme ich entweder durch die Eins, das Einsahlen von Herzen, dafür kriege ich 10, oder ich besiege einen Gegner, dafür kriege ich einen. Also, 10 Herzen sind ein Leben, oder 100 Gegner, oder eine Mischung aus beidem. Okay, also, dass das nochmal geklärt ist. Äh, weil ich das irgendwie beim Reviewen gemerkt habe, dass es ein bisschen komisch rüberkommt. Und ihr werdet mich jetzt auch wieder ungefähr so laut hören, wie früher gewohnt war. Ich glaube, ich bin etwas leise gewesen. Äh, es kommt, ließe sich zwar trotzdem auch alles vernünftig angucken, aber ich habe keine Lust, dass das nachher irgendwann zuleise wird. Da ist es mir lieber, wenn ihr ein bisschen leiser schalten müsst, als wenn ihr alles auf Lautstärke 100 habt und trotzdem genau zuhören müsst. Oh, nein. Du kleiner Pisser. Na, egal, verpiss dich. Okay, weiter geht's. Ähm, okay. Wow, okay. So nicht komplett. Ich nehme mal mit. Oh Gott, ein Endkost. Oh, nein. Oh, natürlich. Und ich als kleiner. Was macht er? Nur rumlaufen, Tauen? Okay. Oh, okay, eine Mütze. Äh. Und jetzt? Äh. Äh. Ich gehe einfach raus. Echt? Okay. Hä? Hä? Was ist denn das für ein Endpost, wo ich einfach rausgehen kann? Ich habe das jetzt eigentlich nicht ernst gemeint, aber... Klatsch. Und fertig. Aber da unten war noch ein Level, das ich noch nicht besucht habe. Das ist ja strange. Und ich habe den gar nicht besiegt. Hä? Ich glaube, ich gehe nochmal hin und besiegt sehen. Was ist denn das für ein komischer Kram? Das ist ja... Okay. Hier gibt es da einen Schatz. Aha. Das ist schon mal schön. Ist natürlich nur interessant, wo ist der Schlüssel? Ja, gibt es den Schlüssel hier? Ach Gott, ich weiß schon, was kommt. Oh nein. Oh nein. Richtig? Ja, ungefähr. Ups. Äh. Und ups. Und ups. Und ups. Und ups. Nein. Oh Gott, nein. Ich habe es getan. Oh Gott. Na, jetzt mache ich es halt. Es ist echt nicht mehr möglich. Mir tun die Igel zwar leid, aber mein Gott. So geht es nicht. Okay, unten lang oder oben lang? Shit. Ja, da komme ich aber nicht hin ohne... Ach, verdammt. Nein. Plotsch. Ohne den richtigen Helm. Ja, den will ich haben. Genau. Hopps. 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 Ja, bringt nichts. Ist aber cool. So. Komm, hier. Gründet eine Familie. Ja, ich bin jetzt auch fies zu Igeln. Egal. Äh. Was? Nur dafür? Na, klasse. Den kannst du wieder einstecken. Äh. Kann ich den wieder einstecken? Okay. Alles klar. Ach, nichts weiter Wildes gewesen. Dafür habe ich meinen Jet-Helm aufgegeben. Na, klasse. Vielleicht brauche ich den jetzt noch. Plotsch. Okay. 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 Äh. Äh. Nur Geld. Den lasse ich mal im Leben. Muss nicht fies zu allen Igeln sein. Aber zu dem. Wollte ich gemein sein. Okay. So. Äh. Genau. Daran habe ich nicht gedacht. Nein. Oh nein. Wie ist das Ziel? Hä? Okay. Gehen wir mal durch. Wo ist der Schlüssel? Hm. Teh-Dib. Blombs. Dün-Dün. Okay. Nochmal. Ähm. Kurs 18. Okay. Machen wir was anders. Okay. Igel weg. Wups Aha, okay Ja, ja, ich weiß, dass er nicht durchkommt Ja, ich will noch rüber, Mann Okay Hä? Hm Okay, also es muss ein bisschen anders sein Ich werde vielleicht Den hier aufmachen müssen Dann wieder zurückdrehen Gucken wir mal Aha Das war auch die einzige Möglichkeit, die mir eingefallen wäre Die noch irgendwie anders wäre Hopps, nein Okay, ich muss mal ganz unten, oben Plotsch Plotsch, Plotsch Ein bisschen Geld müssen wir auch noch sammeln Weil ich muss ja im Endeffekt Ups Äh, noch durchs Ziel Soweit ich weiß Knall, Knall, Knall Okay, da ist der Schlüssel, unten, Trank Das ist schlecht Ähm, dann werde ich wohl hier, ähm, wieder draufdrücken müssen Wups Okay 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 Okay, jetzt haben wir dich Kleiner Pisser Ähm Okay Alles klar rein hier Okay 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 Und okay Jetzt ist offen Alles klar Okay Naja Das sieht doch schon mal besser aus Nein Ich kotze in eine Tonne Oh nein Das ist der verdammte Penner Ach Gott Ist das ein Scheiß Nein Oh Der war nicht gleich von Anfang an zu sehen Ich habe mich aber nur gerade zurückhalten können Okay Wieder groß Schlüssel Okay Jetzt muss ich den Schlüssel nur noch an den Anfang bringen Okay Und jetzt ist die Leiter weg, ne Ja, ja Langweilig Nein Ach, ich wollte rammen Aber das geht ja nicht Wups Und runter Ah, es sind unterschiedliche Schönen Ah, nee, cool Ah, okay Schön Und Plansch Uah Zack Okay Platsch Okay Eine Wunderlampe Jetzt kann ich mir einen Genie herbeirufen Der mich mit Bier betankt Das unendliche Niemals leer werdende Bier Und dann ist es ein Oettinger Ach, scheiße Oh, nein Kann ich jetzt eigentlich durch den Start wieder raus oder so Das weiß nicht Nee, ich gehe durchs Ziel Mir ist lieber nicht, dass es nachher weg ist Obwohl, ich glaube, der ist jetzt eh fest Fertig, ne Aber ich kann das Level nicht verlassen Und umbringen ist doof Hm Naja Renn ich jetzt schnell mal durch So, ja Meine Fertigkeiten trainieren Hä Ist es jetzt nicht mehr aktiviert Okay Das ist ja strange Okay Wow 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 Woops Und woops Woops Und ein Jethelm Ein Jethelm Jupp Da war der Jethelm Jetzt selekt der Jethelm Ja Juhu Freu Geil Toll Ah, diesmal mache ich die Mitte nicht auf Weil wenn ich sterbe, bleibe ich draußen Ist mir egal dann Dann juckt sie mich auch nicht mehr Aber ich will das Leben nicht verlieren Deswegen Versuchen wir mal durchzukommen Oh, okay Das macht mich groß Schön Kann ich wieder Igel töten Warum auch immer man das tun sollte Naja Aber hier ist es ja wohl echt Scheiße Wenn man das Nicht tut In dem anderen Level war es okay Und Der Igel-Clan ist mir höchst dankbar Dass ich es gemacht habe Nein Nein Sag mal Wie soll ich denn da vorbeikommen Ey, du bist so bescheuert Piss dich Okay Fein Ähm Okay, dann ist das gemacht Hm Also Leute Ich werde jetzt auch wieder Ich bin auch schon dabei Ein paar Sachen hochzuladen Äh Ich werde glaube ich Ein kleines Päuschen einlegen Grund Ich hoffe, dass irgendjemand sieht Und mir sagen kann Wo da der reingang ist Vielleicht hat ihn jemand Ja beim Spielen gesehen Das sind meine Schätze Das ist mein Geld 900 Genau Perfekt Und ich mache jetzt eine kleine Pause Und danke fürs Zuschauen Euer Igel Bis dann